Ja, irgendwie bin ich so nicht gross motiviert, weil ich verwarte und ich auf den huren Patch kommt, auf die neuen Karten. Und daran spiele ich in der letzten Zeit nicht so extrem viel und wenn ich spiele, verliere ich meistens. Ich bin irgendwie Level 12 oder 13 gewesen und jetzt bin ich irgendwie runtergeflogen auf 16. Aber wirklich viel investieren möchte ich ja gar nicht, weil ich muss ja dann wieder neue Karten nehmen. Wenn sie neue Karten bekommen, ändert sich eh alles irgendwie. Und dann bin ich irgendwie so ein wenig, ja, nicht unbedingt mega motiviert. Spielen wir unseren Rhinomagier? Der Lot funktioniert echt ok. Ja, das frage ich mich auch, warum ich den rüfe. Ähm, jaja komm. Gehen wir auf Nummer sicher. Ja, und dann nehmen wir doch mal den und gehen auf den los. Wo? Ich wollte ja nicht, dass es das Ding auslöst. Oh, geht auf den, nehme ich mal an. Na, immerhin eine Karte. Immerhin. Ah, holen wir doch das raus. Uiuiuiui. Und hier stresst es mich auch nicht gross. Mein Ziel hier ist natürlich, möglichst, naja, wie soll man jetzt sagen, möglichst... lange zu überleben, dass ich mir Rhinomagier einsetzen kann. Das macht irgendwie noch so Sinn. Ok. Das haben wir hier bekommen. Eins Barriere ist schon mal mehr. Jetzt sind wir wirklich geil. So, den Rhinomagier habe ich jetzt schon mal. Ähm, ich gehe vor dem. Und ich glaube, ich gehe jetzt mal vor dem. Macht irgendwie Sinn, das ist der, der mich am meisten nerven kann. Und sie kann uns auch jetzt mit meinen Dings rumschlagen. Ich hoffe natürlich, dass sie jetzt gross etwas bringen. So, bereich ähm... Ich habe nur einen Schredder gebringt. Ok. Ja, gut. Macht irgendwie nicht so Sinn. Dass ich da was rausnehme. Was trinkt ihr jetzt? Ah, da dachte der Baum schon. Der ist grundsätzlich nicht schlecht. Ähm. 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 Ja, irgendwie habe ich noch so einen Ding. So einen, ähm, grosswilderjäger. Aber... Ich hoffe, dass ihr jetzt noch mehr, ähm... Grundsätzlich drauf tut. Ah, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Schade, 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 schade. Das verdammte Ei ist natürlich scheisse. Das verdammte Ei ist natürlich der Zonk. Ok. Was ist denn das? Gut, es bringt jetzt nichts. Aber... Er wird auf diesen gehen. Aber... Ich habe ihn beschäftigt. Ich glaube, das ist halt... Ah. Ok, das ist meine Bombe. Ok. Whatever. Mach nur. Ok. Ok. Das kannst du machen. Das kannst du machen. Das kannst du machen. Das... Mhm, mhm, mhm. Ja gut. Jetzt bringe ich natürlich... Der dann nicht mehr komplett alle weg, oder? Ja, komm mal. Der... Er könnte natürlich irgendeinen Supermove haben. Aber grundsätzlich habe ich noch den Rina. Ich weiß, ich bin jetzt hier immer am Gangstern. Plötzlich hätte er irgendetwas. Aber wenn nicht, hätte er verloren. Ok. Es sieht nicht genau aus, dass er etwas hat. Mhm. Ich habe gewonnen. Ich habe ihn nicht mal einsetzen müssen. Ja! Das kann mir auch passieren. Ja! Ich bin ja fast wieder 11.15. Kurze Aktion gewesen. Ich gehe immer noch aus. Es schiffelt immer noch. Ähm. Tönt mir sagen, was ihr davon haltet. Neuer Patch. Der Rest ist ein neues Addon für Hearthstone. Äh. Würde mich extrem wundern. Macht ihr im Fall mit in der Schweizer Meisterschaft. Oder äh. Ah, wie heisst die Swiss irgendwas da hier. Wo ja Hearthstone noch dabei ist. Wo es ja recht Preisgeld gibt. Wie sieht es aus mit der Swiss. Seid ihr vielleicht dort vor Ort. Würde mich wundern. Ähm. Oben rechts könnt ihr das abonnieren. Wie immer. Euer Marc. I V V V V E V V V V V V V E V Vë V 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 & C V V V V A J S D V V V V V Accordinglyd.